Danke. 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 Das ist ein richtig cooles Heft. Werde ich mir, sobald ich hier wieder rauskomme, sofort holen. Wenn ihr Lust habt, mal reinschauen hier, folgen, euch informieren. Also ich glaube, das lohnt sich. Danke. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Da kriegt jemand neue Zähne und das Beste, worauf man rumbeißen kann, ist natürlich die Hand. Aua! Aua, Sky. Nicht so fest. Ja, toll. Toll machst du das. Ja. 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 Ich bin aus Austria. Da muss ich natürlich direkt an meine schöne Zeit in Wien bei Bodyguard denken und auch an die Kollegen von I'm from Austria. Ach, da werde ich gerade ganz melancholisch, aber ich liebe dieses Lied. Sky singt sogar mit. Hier, er singt mit. Sky singst du mit? Sing mal. Sky singst du mit. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Heimisolation treibt immer komischere Dinge mit mir. Ich habe ein neues Hobby gefunden. Wurfprospekte anschauen. Kann ich euch nur empfehlen. Da kriegt man locker 20 Minuten am Tag mit rum. Spannend. Ich habe das nichteschön. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020